was du hast also die finde ich ganz schlimm ganz schlimm also ganz 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 schlimm die singt doch immer nur über ihre ex freunde oder kann ich gar nicht nachvollziehen zeig mal was hast du denn da und über welchen x freund sind sie da du hast auch ein autogramm von ihr und wie viel geld hast du dafür ausgegeben wahrscheinlich wieder ein vermögen oder ich weiß ja nicht also ich weiß ja nicht was alle an die finden so gut ist sie gar nicht ich weiß ja nicht Taylor Swift Midnight und alle gehen doch auch auf ihre tour und da ziehen die sich doch dann alle immer so übertrieben mäßig an oder ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht jγschlisch j jjg jw jw Ja, das mache ich immer, damit sich die Flüssigkeit da nicht so staut. Ja, das ist voll gut für die Haut. Aber lass mal zu Taylor Swift zurückkommen, ja. Also die Taylor, ich finde die auch gar nicht so schön. Also, oder? Ich weiß ja nicht. Hast du eigentlich schon meine neuen Ringe gesehen? Hat Taylor Swift auch so coole Ringe, eigentlich? Ja, ich weiß, die hat viel Geld. Aber mit viel Geld kommt nicht gleich viel Style. Just saying. Just saying. Ich muss auf jeden Fall noch meine Haare richten. Und auf jeden Fall zu Taylor Swift. Ihr Song, Cruel Summer. Cruel Summer. Der läuft immer im Radio. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich kann es wirklich langsam nicht mehr hören. Aber erzähl mir mal, wie viel hast du denn jetzt eigentlich für deine Karte ausgegeben, für die Error Store? Error Store heißt es, ne? So viel. Hast du gehört, Josh? Könnte ich nicht. Ne. Naja, Emily, ne? Ich meine, wenn es dich glücklich macht. Mich machen auch so einige Dinge glücklich. Aber Taylor Swift, die gehört nicht dazu. Ne. Ne, ne. Dann lieber, ich finde, ich finde Nena sehr gut. Ja, Nena. Kennst du die von 99 Luftballons? Die ist richtig gut. Die hat noch richtige Banger. Und ich sag dir was, die kann richtig singen. Ja. Die musste sich nicht so leicht begleitet zeigen. Wie Taylor. Ich sag's nur. Naja. Jeder wie er mag, ne? Und ich sage jetzt.